Die Woche klingt langsam aus und die Frage ist, klingt damit auch der Bullenmarkt aus oder geht er in die verdiente Pause und geht nächste Woche weiter? Wir wollen uns das Ganze mal angucken, nicht so sehr das Übergeordnete, das große Bild, sondern eigentlich das, was wir am Freitag jetzt nochmal erwarten können, hier in der aktuellen Situation. Fangen wir mal mit dem Nasdaq an und ich habe es ja schon gesagt, in der aktuellen kurzfristigen Situation. Und deshalb wollen wir mal den Fokus auf den 5-Minuten-Chart so ein bisschen legen, um mal zu gucken, mit was können wir vor dem Wochenende jetzt nochmal rechnen, was können wir tun? Die letzte, die jüngste Bewegung, die wir haben hier vom 3. Juni nachts 0 Uhr, also Mitternacht bis zum aktuellen Stand beim Nasdaq ist ganz schön hart nach unten getrieben. Das heißt, die jüngste Bewegung, die jüngste starke Bewegung ist abwärts. Zumindest mal würde ich sagen, dass das nicht wirklich korrektiv aussieht, was wir hier haben. Allerdings, was dem zugute kommt, ist dieser relativ starke Anstieg. Wenn es also jetzt stark nach oben geht, wackele ich runter in den nächsten Stunden, dann würde ich sagen, naja gut, vergeben und vergessen, was wir hier heute Nacht und in den Morgenstunden erlebt haben. Dann geht es halt nochmal weiter nach oben. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn so eine Bewegung, klar zwischendurch mal Pause, es ist nachts, vergesst das nicht, dann hier nochmal immer so kleinere Gegenbewegungen, wie man sie auch immer auffassen will. Aber wenn ich sowas sehe und jetzt der Kurs am Nachmittag in den nächsten Stunden eher zögerlich hochkommt, also irgendwie sowas in der Art, dann befürchte ich, müssen wir nochmal mit einer Abwärtsbewegung rechnen. Das ist nicht unbedingt kritisch. Wie gesagt, übergeordnet will ich jetzt nicht argumentieren. Das mache ich am Wochenende im Video. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Vielleicht, dann fing es Montag. Dann haben wir da so ein bisschen einen Überblick, was die Märkte aktuell da übergeordnet daraus machen. Im aktuellen Bild allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da noch ein bisschen fishy. Oder ich hoffentlich nicht, aber der Markt sieht für mich fishy aus. Ich bin noch nicht überzeugt von dem, was wir da sehen. Nämlich die starke Abwärtsbewegung. Jep, die wackelige Aufwärtsbewegung. Und anschließend nochmal die Fortsetzung nach unten wäre dann typisch, wenn es eben so wackelig nach oben geht. Ist das nur beim Nasdaq so? Schauen wir uns das mal an, was wir hier beim S&P haben. Auch hier ist die jüngste Bewegung immerhin eine starke Abwärtsseite. Und auch hier deshalb meine Vermutung, dass wenn wir mal ein bisschen hochkommen, dass es danach nochmal nach unten kommt, ist das eine wackelige Geschichte. Und da liegt jetzt die Hoffnung für den Nachmittag. Denn es ist durchaus denkbar, wenn jetzt die Börse bald beginnt, es dauert ja nicht mehr so arg lang, bis die aufmacht, dass wir dann einen starken Anstieg haben, Kleinigkeit nach unten und dann eben das. Insgesamt wäre das dann dieses Korrekturmuster. Erste runter, A, B, C hoch und würde den Trigger hierfür bieten. Also, das ist jetzt wirklich was für die Hardcore am Nachmittag. Wer jetzt eine Idee braucht für nach dem Wochenende, Naja, insgesamt sehe ich die Aufwärtsbewegung nach wie vor als die richtige an über Details. Wie gesagt, das werden wir uns dann nochmal gesondert angucken. Auch dieser Rücksetzer würde für mich jetzt das bullische, insgesamtige Bild nicht wirklich kaputt machen. Die Frage ist dann nur, ob wir diesen einen Umweg mehr nochmal in Kauf nehmen müssen, bevor es dann weiter nach oben geht. Also, ich bin nicht pessimistisch, aber ich sehe so ein bisschen nach dieser starken Abwärtsbewegung die Gefahr, dass da nochmal irgendwie was hinten dran kommt, wenn wir hier irgendwie wackelig irgendwie da nach oben gehen. Für den Dow Jones, die Bilder sind nahezu identisch. Ihr seht das hier, was soll ich euch erzählen? Das ist fast bei allen gleich. Es ist auffällig, diese Pause hier in der Bewegung, Wir hatten hier dann eine Bewegung hier als Gegend, die sind überlappungsfrei. Also, tatsächlich der Verdacht, dass das hier so eine 1, 2, 3, 4, 5 ist. Auch hier wackelig nach oben. Denkt mal so an diesen Zwischenbereich hier. Also, ich kann das nochmal mit Fibonacci ein bisschen konkreter hier mal ausmachen. Also, für mich eine klassische Zielmarke wäre, dass der Kurs von diesen Tiefs, wo wir jetzt gerade sind, irgendwo da hingeht. Das ist jetzt bitte keine Aufforderung, ey, ihr könnt kaufen, der Kurs geht bis da hoch auf jeden Fall. Aber es wäre sehr typisch, dass er das tut. Vielleicht sogar jetzt, weil wir so langsam, aber sicher hier auf Unterstützungslevel hier auch auflaufen, wo man dann sagen kann, Mensch, wenn dann drehen, dann doch jetzt. Also, ihr seht, dass hier ist zumindest eine gewisse Unterstützung. Guck mal, Fibonacci hier vom tiefsten Punkt. Ich mag doch die Fibos so gerne. Die sind nicht ganz passend, aber ich sage mal, wenn wir das jetzt mal so ganz grob, ich würde mich nicht wundern, wenn der Kurs hier erstmal seine Abwärtsbewegung vorläufig beendet. Und nochmal der Hinweis, hier wackelig rein in diese Zone oder vielleicht noch schöner so in der Form, wäre doch eigentlich ein Träumchen. Und hätte den wunderbaren, die wunderbare Chance, dass man hier sogar nochmal einen Nachmittagslong macht, bis zum Ende des Tages vielleicht noch drin bleibt. Und dann, ja, vielleicht nochmal die Abwärtsrichtung. Also, das wird das Entscheidende sein. Was macht der Kurs? Wir können nochmal einmal kurz auf den DAX gucken, auch wenn der seinen Hauptmove heute ja sicherlich schon gehabt hat. Ihr seht aber, dass hier der DAX Future beispielsweise grundsätzlich eigentlich ähnlich unterwegs ist. Und jetzt die Frage ist, ob wir dann hier auch hinkommen. Gerade so fünffälliges Verlaufsverhalten ist eigentlich prädestiniert, dass der Kurs anschließend wackelig in die andere Richtung geht. Das wäre jetzt also zu beobachten, ganz egal, welchen Index ihr euch hier anguckt. Auch wenn ich in Anbetracht der auslaufenden Woche jetzt natürlich so langsam, aber sicher, auch wenn ich DAX handeln möchte, vielleicht doch eher mich auf die Amerikaner fokussiere, was die da heute noch gebacken bekommen. So, insofern ist das das Ergebnis hier nochmal ganz kurz. 14,30, das ist nochmal dieser Ausschlag zu den US-Arbeitsmarktdaten. Die können wir ja eben nochmal uns angucken. Die Non-Farm-Payrolls sind besser als erwartet gewesen, wenn man sich das anguckt. 390 nach 325, allerdings schlechter als zuvor. Arbeitslosenquote 3,6 nach 3,5 erwarteten und zuvor auch schon 3,6. Also, was das angeht, ein bisschen höher beide Werte als die Erwartung war. Ihr wisst, als Chart-Techniker gucke ich mir das zwar super gerne an, ist aber für meine Entscheidung nicht so wirklich relevant, da ich eigentlich mit dem Ergebnis dessen arbeite, was die Marktteilnehmer daraus machen. Und das ist das, was wir hier im Chart besprochen haben. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Einen wunderbaren Ausklang mit den Indizes. Euch liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.